Dirk hat mir gesagt, dass ich das Team übernehmen soll, hat er mir letzten Sommer gesagt. Ich nehme das natürlich an und will natürlich alles für die deutsche Nationalmannschaft geben, um wirklich 2020 in Tokio bei der Olympiade zu sein. Es sollte von jedem deutschen Nationalspieler das Ziel sein. Ich will natürlich in der Zukunft ein Starting Point Card zu sein in der NBA, ein Team zu tragen und Spiele zu gewinnen. Das ist auf jeden Fall die erste Sache, die mir immer im Kopf hängt und das will ich natürlich schaffen. Danach will man halt immer mehr, aber ich will erst mal das Ziel erreichen, bis ich dann irgendwas anderes als Goal nehme. Ich bin zufrieden natürlich in Atlanta und will natürlich immer noch ein Teil von den Hawks sein. Was immer die Coaches und die Organisation, was sie halt sagen oder was sie abmachen, das ist halt denen überlassen. Ich versuche halt mein Bestes zu geben für nächstes Jahr, dass wir es natürlich weiter schaffen und hoffentlich wieder in die Conference Finals kommen.